Der Piepmatz hat mir gefallen. Oh, ich geh links. So, jetzt geht's nicht bei euch im Becken, ne? So, jetzt geht's nicht bei euch im Becken. So. So. So, dann sag mal an, Thea. So. 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 Ich habe vorhin gefragt, kennt niemand diesen Oberhainzer? Das war's für mich. Oh, he's under fire. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ach man ey, was soll ich denn mit dir? Ach naja, schon wieder die gleiche Schrotflinte, die ich das letzte Mal hatte. Das klingt gar nicht gut. Ich gucke jetzt, ob die andere besser ist, sonst schmeiße ich die weg. Was war ich mit dem Schein jetzt? Okay. Ja, das mache ich später. Jetzt ist es erstmal die Scharwaffe dran, ne? Ja, die Standard-Scharwaffe hier. Die du von hier, äh, doch Dings bekommst. Die du erweitern kannst dann auf Koks, auf Frank-Rota brauchst und so'n Scheiß. Ich sehe nach, ob es Pakete gibt. Ich sehe nach. 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 Du schaust mir Bock. Auf dem Venus. Der Venus hinten. Okay. Seid mir nicht böse Jungs, aber ich mache heute früh heute Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ja, dann komme ich auch nicht mehr an. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Frag mich, wie oft du den Kunden killen willst, bis du die scheiß Brustpanzer kriegst. Kann ich mir wirklich morgen von Zur... Ja, kann ja sein. Ja, dann kann ich mir auch... Ja, aber lustigerweise kann ich mir auch den von Zur zu holen. Dann kann ich auch auf Level 32 kommen, weil ich den Helm habe. So. Im Welthelm. Stimmt. Ja. Stimmt. Ja.